Ossi Osborn jodelt sich einrunter. Er mag halt keinen Blümchensex. Wenn, dann habt ihr es ja als erstes je gehört, gell? Was habt ihr ja die letzten zwei Wochen so getan? Es war schon Stress, aber es war schon ein schöner Stress. Metal.net, der Podcast. Ob wir wohl bei Kissen, was haltet ihr von Fossilien? Also ich steig jetzt da gleich mal in das Thema ein. Denn wir springen jetzt Kopf voran in die Metal-News. Hä? Herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten zur 97. Folge Metal.net, der Podcast. Der Podcast, der humoristisch sich über die aktuellen News lustig macht oder drüber diskutiert, grundsätzlich einfach ein netter Haufen ist. Fühlt euch genötigt, euch zu uns zu setzen, um ein kleines Stückchen Campground-Feeling zu erleben. Das behaupten zumindest Leute, die da zuhören, dass das ungefähr so ist. Wer sind wir? Ich bin der Siffi, derjenige, der das Ganze irgendwann mal verbrochen hat, im Internet aufzutreten, irgendwie aus Versehen in die Festivals gestolpert ist und seitdem darüber berichtet. Hi, das bin ich. An alle erst mal da draußen. Die live zuschauen. Ihr seid gegrüßt, im Chat auch mitzuschreiben. Und alle, die uns nur über ihre Ohrmuscheln hören, auf allen Audio-Podcast-Catchern, seid auch ihr gegrüßt. Ihr seid natürlich nicht weniger wert als die, die live dabei sind. Wer mir aber ganz, ganz viel wert ist, sind die beiden, die an meiner Seite sitzen. Diejenigen, die diesen Podcast auch mit Inhalt füllen, nicht nur mit leeren Phrasen, wie ich es versuche. Nein, es sind diejenigen, der eine, der eine, der den Metal mit erfunden hat. Da brauchen wir nicht drüber reden. Er war schon immer da. Er war schon immer mit im Metal. Und er ist auch jetzt wieder mit uns dabei. Und zwar ist es der Älteste an unserer Seite hier. Aber nicht desto trotz der Schlechtere, der Roland. Hallo. Ich grüße euch alle da draußen. Und ich bin nicht nur der Älteste, sondern auch der Hübscheste. Das gebe ich einfach mal. Das hätte ich sagen sollen. Genau, das habe ich auch gemacht. Einfach so. Ja, das hätte ich sagen sollen. Tut mir leid. Das ist mir jetzt so schnell in der Ecke gefallen. Aber wir beide sind auch nicht alleine. Wir beide sind nicht alleine. Aber Roland, möchtest du gerne unseren dritten Partner mit vorstellen? Es ist ja mal, dass mir jetzt mal einen Ball zugespielt, was ja nicht ganz einfach ist. Aber so kämen Sie wie spontan. Und ja, ich versuche es jetzt einmal. Ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal, unseren Felix hier zu begrüßen, der einfach, Siffi sagt immer, der Metal-Podcast ist und der Beste, der sich überall auskennt. Ich muss einfach sagen, es ist schön, einen Menschen zu kennen, der sich einfach so auskennt. Und wenn man ihm was fragt, er klatscht die Sachen raus. Er weiß alles, er kennt alles in Sachen Metal. Und er ist fast so hübsch wie ich. Er hat fast seinen schönen Bart und eine tolle Brille. Ich bin einfach froh, dass ich ihn mal wieder sehe. Und ich freue mich mal wieder, wenn ich ihn irgendwann mal wieder live sehe. Aber auf jeden Fall, unser Felix ist schon eine ganz, ganz große Hausammer. Muss man so sagen. Danke wohl dann. Hallo schon. Danke. Das war ja zauberhaft. Da sitzen wir wieder. Zur 100. Folge muss sich jeder selber vorstellen. Siehst du? Da werde ich fast rot. Oder wir stellen uns dann gegenseitig vor. Das können wir natürlich auch machen. Herzlich willkommen. Lang, lang ist her. Ich sehe bekannte Namen im Chat. Ich grüße euch da nach außen noch einmal. Hockt euch her, dann sind wir mehr. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir jetzt so miteinander zusammensitzen. Aber ich muss sagen, dieser Podcast beginnt erst mal mit ganz viel Trauer in mir. Ich muss sagen, Es ist wirklich soweit, wenn man sich jetzt so umschaut, aus dem Fenster rausschaut, so grundsätzlich schaut, was für Datum haben wir. Wir sind jetzt schon im September. Es geht ja quasi schon fast wieder knallhart rauswärts, wie man so schön sagt. Auf die Schnelle. Bis du schaust haben wir die 100. Folge. In mir ist tiefer Trauer, denn offiziell ist meine Festivalsaison beendet mit dem letzten Wochenende. Das erfüllt mich mit Trauer. Nicht nur, also wirklich, es ist fast so, als würde jetzt schon, also die Sonne, wo ist die Sonne? Am Wochenende war sie noch da, jetzt ist sie weg. Und auch da merke ich, auch da merke ich, dass instant diese Winterdepression wieder eintritt. Und deshalb freue ich mich umso mehr trotzdem, dass ihr mit mir heute diesen Tag mich nochmal aufleuchten lasst in eurem Licht, eurer Sonne. Und natürlich, dass wir uns halt schön nochmal über die letzten Wochen nochmal unterhalten können, die ja noch voller Sonne waren. An dieser Stelle. Genau. Da muss ich nochmal sagen, also bevor wir kurz zurückkommen auf die letzten Wochen, die ja wirklich noch traumhaft waren und wir haben ja noch einiges zu erzählen, was du erlebt hast, die letzte Woche und so weiter. Aber nach der Festivalsaison ist vor der Festivalsaison. Jetzt kommen jetzt ein paar tolle Konzerte, die auch indoor sind und auf das nächste Jahr schon wieder freuen. Das musst du sehen. Also nicht das, was vergangen war, sondern das, was dann kommt. Und das ist wieder ganz, ganz, ganz toll. Da bin ich mir ganz sicher, ob sie viel. Ja, ich wollte auch nur ein bisschen, ein bisschen, also im positiven wird es heißen Fishing for Compliment, einfach ein bisschen Mitleid haben und die Chat, danke, Barry and Viking für die Runde Mitleid und so. Also ja, schön, dass ihr da alle Teilnahmen nehmt. Aber es ist wirklich so, dass ich dann immer so da denke, jetzt habe ich es noch dran, meine Bänder. Also ich schneide aber jetzt demnächst meine Bänder auch ab, weil die bleiben ja immer eine komplette Saison dran. Aber wenn es dann immer so weit ist, dann denke ich mir, ach, wie schön war es, noch einmal mit euch auf dem Campingground sitzen und ein Bierchen trinken. Aber naja, siehst du Felix, hat es schon abgeschnitten. Ich war noch nicht euch. Das konntest noch nicht übers Herz dringen. Das ist direkt eine Arbeit. Aber ja, trotzdem lassen wir uns jetzt hier heute nicht die Laune verderben. Ja, du hast das die letzten 20 Jahre nicht abgeschnitten, Roland, oder? Brauche ich auch nicht. Ich bin nicht in der Lage. Anders. Ich mache es einfach, weil sonst wäre es zu viel. Also ich merke es jetzt schon wieder. Es ist mir schon wieder zu viel, jetzt einfach. Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, war ja ziemlich genau vor zwei Wochen. Da in dieser Zeit ist natürlich... vor allem Turnus, was wir ja ganz selten in den letzten Monaten gehabt haben, weil immer irgendein Mensch irgendwo ein Festival war oder wir unterwegs waren. Von dem her sind wir da teilweise nicht in der Tour. Ja, das ist ja unser... Also mittlerweile machen wir den Podcast ja jetzt doch schon seit ein paar Jahren. Sprich seit ein paar Saisons, Saisonnen, oder was auch immer die Mehrzahl von Saisonnen ist. Da muss man natürlich wissen, dass... So werden dann. So sind dann? Bestimmt. Wenn du das sagst, Felix, glaube ich dir... Oder Saisonsen. Saisonsen. Auf jeden Fall diese Saisonsen war es ja bis jetzt immer so, dass wir über Rock Arts nochmal ein Special folgen, dann nochmal kurz Pause, weil Summer Breeze oder was auch immer. das ist einfach so. Und ja, da muss man halt dementsprechend klarkommen, wenn man uns hört, wenn man uns folgt. Wie auch immer? Oh, wir bringen hier einen... Zeigbitz. Danke dafür an dieser Stelle, Ted. Willkommen. Genau. Die letzten zwei Wochen nach unserem letzten Podcast, direkt danach, seitdem ist auf YouTube bei mir auch schon wieder viel passiert. Ich glaube, ich war wie immer sehr... Momentan sehr... nicht erfolgreich, sondern sehr, sehr, sehr fleißig, könnte man sagen. Und zum Ersten war, bei mir zumindest, dass ich auf den beiden Asenblut-Konzerten war, wo es zwei Videos gab. Und das muss ich sagen, das war eigentlich ganz cool. Das neue Album geht tatsächlich, gefällt es mir live besser wie auf CD. Das hat man eigentlich schon. Ich war ja erst in Nürnberg, am nächsten Tag dann in München. und ich bin ja da einmal hingefahren. Also man sieht ja alles im Video auch, was alles war. Es war eigentlich auch genug los für den Club und für... Das war ja im... Wie heißt das? Wie heißt das denn in Nürnberg gleich wieder? Ja. Nee, nee, nee. Das war nicht im Hirsch. Das war in diesem Fetischladen. Äh... Ah doch. Im Kult. Im Kult war es. Im Kult war es, nicht im Zentrum. Genau. Und das war ganz cool. Also auch mein... Von Freitag auf Samstag waren es in Kult. Ich bin ja dann auch bis zum Abbau geblieben, muss ich jetzt sagen. Oh, jetzt kriegen wir ein Abo auch noch. Danke, Pat. Vielen Dank dafür. Genau. Und die, ähm... Haben dann... Da haben sie in Nürnberg geschlafen und von Samstag auf Sonntag, also nach München. Auch habe ich auch den ganzen Abbau noch mit, äh... gemacht und zugeschaut, mehr oder weniger. Bis wir dann den Hänger eingeladen haben oder das Auto und dann, äh... sind wir zu mir gefahren, weil vier Leute von der Band bei mir geschlafen haben. Und dann haben wir abends noch ein Bierchen in der Nacht, um zwei waren wir irgendwann von München dann da, ähm, haben wir noch ein paar Bierchen trunken und dann, äh... sind die auch noch mal so, Revue passieren, die zwei Tage. Und anscheinend ist auch sehr gut gewesen für die Band, also sprich, genug Merch verkauft, äh, genug Leid da gewesen. Ähm, und von dem her war das ein durchaus positiver Tag für Asenblut auf jeden Fall. Zwei Tage. Und es war schön, dass die bei mir waren, wir haben endlich mal in Ruhe ratschen können und so. Äh, war cool. Ich werde, wenn die Band wieder in der Nähe ist oder irgendwas macht, werde ich mich auf jeden Fall wieder dranhängen. Weil ich fand auch die Videos ganz gut. Ich weiß nicht, wie es ihr gefunden habt. So, ich wollte gerade dazu sagen, äh, ihr Menschen da draußen, schaut euch auf die Videos an, beim Siffi, äh, auf dem YouTube-Kanal. Äh, war was, wo ich sagen muss, die Videos, die letzten Zeitwogen, was der Siffi gemacht hat, also die von Asenblut und die, wo ich jetzt dann noch sagen würde, äh, haben mir meine Zeit sehr verspürzt und sehr verschönt. Also, es waren wunderbare Videos, kurzweilig. Sehr geil. Und es darfst weiterhin. Ja, und das ist, muss ich ja, muss ich ja dazu sagen, äh, ist auch, wie ich konnte es nur immer wieder betonen, äh, definitiv, macht es auch Spaß so, die Videos zu, äh, äh, machen einfach. Von dem her, einfach weiter. Das funktioniert, glaube ich. Das Geile, was die immer, das Geile ist, die sind immer alle so verblüfft, weil sie es noch nicht gewohnt sind, dann, also Rockhards oder, oder, äh, alle anderen Festivals hat auch, die haben ja mitgekriegt, wie schnell, dass ich mittlerweile bin. Äh, der, 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 Wie hast du das gemacht? So, ja, ich bin halt jetzt der schnellste YouTuber im, äh, Fest, im Event-Bereich. Äh, von dem her ist das genauso wie vom Festival dann, äh, ich war ja dann jetzt das Wochenende, um gleich da anzuknüpfen, auf dem, äh, Most Wanted in Österreich, das ist vom Floß Metal World, der andere Metal YouTuber aus Österreich, sein Festival, zumindest ist ein Mitorganist, Organisator, nicht Organist. Ein Mitorganist? Ein Mitorganist. Ähm, ne, auf jeden Fall, ähm, war ich da und da habe ich es selber gemacht und da war auch am nächsten Tag in der Frühwoche mal auf, ich gehe so in das Infilt neuer, zack, äh, und der so, wie, das Video ist jetzt schon online, was, wann hast du das gemacht? So, ja, mei, ich konnte es halt, Zauberei. Das ist schon cool, also, das gefällt heute den Leuten auch, das ist halt das Gute, dass das dann so schnell geht. Ähm, alles in allem war es auch ganz schön, ich muss sagen, zum Festival selber, es ist klar, es ist halt noch in den Kinderschuhen, es war jetzt das zweite Mal, glaube ich, äh, es ist vielleicht nicht einmal 200 Leute, ich weiß nicht, wie viel, wie viel, dass er offizielle Zahlen rausgibt, aber so gefühlt war das nicht so, es waren auch nie, es war, glaube ich, sehr viel Laufkundschaft da, die aus der Gegend und Umgebung kommt, ähm, Sein Video hat er gesagt, 300 waren es. Okay, ne, dann könnte es schon sein, dass das ungefähr so, zumindest am ersten Abends, glaube ich, waren es ein bisschen mehr da wie am zweiten. Ähm, danke Pat nochmal für das Abo, also, ich muss jetzt immer wieder drauf an, jetzt geht es, tun die Abos wieder rein, ähm, und, ähm, das Einzige, was mich gestört hat, muss ich sagen, aber das ist wahrscheinlich dem geschuldet, weil das noch so jung ist, dass es kein reines Metalfestival war, also zumindest waren, äh, äh, ein bisschen Spaß, Blasmusik am ersten Tag und Punk und, ähm, ja, so in die Richtung, am zweiten Tag war dann, so ein bisschen so eine Art Hip-Hop-Act am Anfang und es sind heute auch, es waren vier Bands oder was am Tag, also, da war dann auch im ganzen Nachmittag, am zweiten Tag, ähm, zwar was geboten, mit diesen, in Anführungszeichen, Highland Games, die man auch in den Videos sieht, wo sie so Spiele miteinander gemacht haben, das ist anscheinend so ein Ding, bei denen ich, die kleinen Festivals machen das alle, dass die nochmal so ein Event-Ding zwischendrin machen, bevor die nächsten Bands wieder anfangen, weil ich auf dem, äh, auf seinem Channel, vom Flo's Metal World, ein anderes Video gesehen habe, von einem Festival, das Brain Bridge heißt, das musst du auch irgendwo in der Nähe, bei denen ich sehe, ähm, die machen das auch, und anscheinend ist das so ein Ding, dass die dann so Highland Games, Spiele gegeneinander machen, wo man halt ein Bier gewinnen kann, wo man Tickets gewinnen kann, was auch immer, und das war eigentlich gar nicht so, da halt so ein Winz, nicht so ein scheißes Haus gewesen war, also tatsächlich war das nochmal so richtig heftig, da hat es runtergebrannt, ich habe mich im Auto teilweise dann so halber reingelegt, damit ich ja ein bisschen einen Schatten habe, ähm, Gott sei Dank waren unsere österreichischen FTGL-Freunde da, ähm, die, mit denen, bei denen ich dann geguckt habe, die haben wir auch einen Schatten gehabt, und so, war schön, dass ich die auch nochmal, zufällig, ich habe nicht gewusst, dass die da sind, äh, dass wir die auch nochmal getroffen haben, das Jahr, und ansonsten, ja, muss sagen, es ist jetzt kein Festival, wo ich euch jetzt so empfehlen kann, da muss es unbedingt hin, weil, wie gesagt, du musst halt mit der musikalischen Auswahl klarkommen, dass es wahrscheinlich aufgrund der Größe heute erstmal nicht nur rein Metal ist, weil er, ursprünglich, glaube ich, immer gemeint hat, er mechert auch nicht rein Metal, hat aber auf Instagram, äh, steht, dass es ein Metal-Festival ist, aber, ja, dafür ist einfach zu durchgemischt, würde ich jetzt sagen, tatsächlich, weil, so, wenn du dann sagst, du hast bloß acht Bands am ganzen Wochenende, und davon gefallen die zwei, wenn überhaupt, dann ist es halt auch schwierig für, gut, das Ticket kostet halt auch nicht viel, ich glaube 20 Euro oder was, aber trotzdem ist es halt, weit zu fahren von uns aus, sagen wir es mal, wie es ist, also ich bin jetzt auch dreieinhalb Stunden hingefahren, ähm, bis ich dann, ah, im Video, sieht man das dann auch kurz, weil mir ist an der Grenze erst eingefallen, fuck, ich fahre ja über die Grenze, ich weiß weder, ob ich Internet hab, oder Empfang, noch ich brauche Pickel, so, ich bin im Ausland, ja, aber, es war mein erstes, offizielles, äh, wo ich Presse war, am Festival im Ausland, ja, genau, das hoffe ich dazu, schaut euch die Videos an, äh, äh, Pet schreibt auch, waren tolle Videos, von dem her, ähm, kann man immer wieder nachschauen, dann, dann kriegt man so einen kleinen, äh, äh, Ausblick, auch zu einem Festival, ja, es ist Österreich, muss man aber dazu sagen, mega geile Aussicht, also, ich bin da hingefahren, von der, irgendwann einmal von der Autobahn runter, dann hab ich gewusst, okay, das ist Forchdorf, so nennt sich das Kaff, das ist ein Gräser, das ist Kaff, fahre so, da die Autobahn runter, fahre so einen Hügel nach, und dann fällt mir ein, scheiße, jetzt stehe ich mitten im Forchdorf, hab noch kein einziges Plakat gesehen, wo da überhaupt irgendwas an Festival sein soll, weil das ist so klar, rechts noch gefahren, einfach mitten auf so einer Wiesn, kurz googelt, geschaut, ob ich irgendwo eine Adresse finde, Moos 12 heißt die Adresse, und anscheinend sind bei denen, ähm, diese, Gemeinden, das kann ich nicht anders sagen, das sind halt die jeweils drei Häuser, die sich, die dann auch so ein Moos sind, und das waren halt dann, äh, äh, Moos 12, und dann hab ich gesagt, gib das Navi ein, gut, das Navi hat es gefunden, ich fahr ich, und dann schaut es so aus, wie, wenn man bei uns auf dem Radlweg fahren darf, und dann kommen bloß immer drei Häuser, das ist das nächste Dorf, dann kommen wieder bloß drei Häuser, und du fährst dann durch Wälder, und Hügel, und Zeug, und, ich hab echt gemerkt, ich weiß nicht, wo ich, ich hab gedacht, du jetzt einfach mal nachfahren, gell, und irgendwann tatsächlich kommen genau die drei Häuser von Moos 12, und da war dann rundherum dieses Festival gebaut, also, war cool, Größe ungefähr, wer es weiß, das Festival tat bei mir in den Garten eh passen, tatsächlich, so, aber das war halt wirklich das Klärnste, muss ich jetzt sagen, äh, da ist sogar, ja gut, sagen wir, das war ungefähr genauso groß, wie, wie das, Rock der Farm, von der Größe her, nur die hatten halt eine richtige Bühne, die sie selber gebaut haben, aus Holz, der Holz, äh, verschlang, auf einem Hänger drauf, war ganz cool gemacht, grundsätzlich war das, äh, schön hergerichtet, und, schaut euch das Video, so, das war's, das waren meine, ich denke mir aber, wenn man das gesehen hat, wie du in Österreich bist, ich meine, die Menschen sind einfach mega entspannt, und was da auch kommt, und ich denke mir, ob jetzt da Unwetter kommen, gekommen wäre, oder ob jetzt da, tausend Leute kommen wären, die hätten das irgendwie da da entspannt gemacht, weil es einfach unsere österreichischen Freunde, unsere österreichischen Nachbarn, einfach extrem entspannt sind, das kommt auch in dem Video richtig gut wieder, also schaut es euch an, und das, glaube ich, macht so ein kleines, feines Festival, noch, noch ein bisschen expliziter, oder noch ein bisschen, noch feinerer, also, es hat mir gesagt, also mir hat das schon getaugt, also das Video, also richtig, was natürlich auch cool ist, ich glaube, wenn man mehr Leute ist, und dann sagt, ja gut, das ist jetzt auch nicht so viel wert, wenn man, man kann, das Infilt hat ja immer Offen, weil da drinnen ein Klo ist, tatsächlich, es ist halt so klar, dass gar keine Security da war, also das ist auch so ein Ding, wo ich mir dachte, in Deutschland waren an jedem Ausgang drei Security gestanden, und das Lustige, was ich gefunden habe, gleich am Anfang, wie ich angekommen bin, so so, ha, jetzt bin ich so weit von der Warn weg, aber die verstehen mich immer noch, ja, das war schon gut, auch ergänzt zu deinen Videos, der Flo hat ja auch zwei Videos, schon hochgeladen, gerade vom Aufbau, richtig cool dazu, auch ergänzt deine Videos, genau richtig, beziehungsweise auch das, was du erzählt hast, perfekt, gerade mit der Bühne, wie sie die aufbauen, und was es für Probleme gab, auch sehr, sehr cool, kann ich auch nur empfehlen, neben deinen Videos natürlich, ehrlich. Aber irgendwann, also es ist schon, wenn du dann plötzlich merkst, fuck da, da kommt jeder von dem Umkreis auch wieder, also da ist jetzt keiner, so eh, der Captain Trunk war da, der ist auch ewig weit hergefahren, gut, brauchen wir nicht reden, aber der ist auch eingeladen worden halt vom Flo, weil man sich halt kennt, aber ansonsten ist dann, ja, wo kommst du da her, ja, ich komm von da her, ja, das ist ungefähr eine Stunde weg, so, das ist aber trotzdem eine Stunde weg, aber irgendwie das Gefühl, das ist Nachbarschaft, so, ja, ach ja, genau, der Hockey kenn ich auch, so, wenn sich die dann untereinander unterhalten, und wo die alle herkommen, auch krass, da meint man, Österreich ist echt so ein Dorf, also, wirklich ein Dorf, naja, genau, das war's zu meinen zwei Wochenenden, ich muss sagen, Shopping, muss ich überlegen, hab ich überhaupt was gekauft, nein, ich hab nichts gekauft, ich wollte fast eine CD kaufen von der letzten Band, Anal verbieten, das war halt Blasmusikpunk, war ganz lustig, ja, aber gesagt, ganz überzeugt haben sie mich am Schlussendlich dann doch nicht, ähm, und jetzt muss ich überlegen, hab ich irgendwas geschenkt gekriegt, oder so, nee, dieses Mal hab ich leider nichts zum Verzönen, aber das war's dann, äh, der Nächste, bitte, da, konnte es sein, dass man dir jetzt was aus, achso, der hat den Roller, der ist irgendwas tontechnisch nicht mehr, nee, der hat ins Handy rein, einen Anruf gekriegt, hab ich kurz absagen müssen, bin wieder da, okay, so ist er, nee, also von mir aus, äh, Felix, was hast du dir letzten zwei Wochen gemacht? Ja, gar nicht so viel tatsächlich, äh, ich hab ein relativ gemütliches Wochenende bei meinen Eltern gehabt, hab dort, äh, vor allem im Garten sehr viel geholfen, äh, weil meine Mutter gerade etwas gehandicapt ist, und, äh, ja, musste ein bisschen was auch im Garten abgerissen und weggesägt werden, da ist gut, wenn da, äh, so einem Mann mal vorbeikommt und eine Runde mit, äh, äh, palavert, und, äh, wie wir die gemütliche Männer nicht anpacken können, so mache ich das auch bei uns, genau, wichtig, so muss das sein, einmal, äh, wie, wie ein ungestütlicher Wirbelsturm durch, durch den Garten durchhäckseln und fertig ist die Geschichte. Genau, und, äh, ich bin sehr froh, dass, äh, seit dieser Woche wieder gemütlich die Tischtennis-Saison, beziehungsweise das Tischtennis-Training wieder angefangen hat, ah, es hat mir sehr gefehlt die letzten drei Monate, muss ich sagen, und deswegen, da freue ich mich auch sehr drüber, und, hab ich sonst noch was großartig gemacht? Nee, war alles relativ entspannt, jetzt also nichts groß zu erzählen von meiner Seite aus, leider. Tja, es heißt, leider gibt halt bei nicht so viel zu erzählen. War es irgendwie Konzerte, oder war es auch nicht? Na, gar nichts, gar nichts. Aber ich komme immerhin wieder, ich habe ja, nach dem letzten Festival, also nach dem Partisan, war ich ja so, äh, doch relativ lange auch so richtig Festivalmüde, und das geht gerade so langsam weg wieder. Je mehr Lineups ich sehe, oder Bekanntgaben ich sehe für Festivals, und je mehr ich sehe, ah, die gehen jetzt auf Tour und die gehen auf Tour, und das, was Roland eben vorhin auch gesagt hat, jetzt kommt die, äh, gemütliche Zeit für Indoor-Konzerte sozusagen, ähm, da, äh, ja, es wird wieder Blut geleckt, sagen wir es doch mal so. Ich habe schon Angst, ich wäre krank, aber nein. Lust und Laune kommt wieder. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, von meiner Seite, muss ich mich fast Felix anschließen, bei mir ist die letzten zwei Wochen, äh, ist auf den ganz normalen Wahnsinn, äh, nichts Großartiges passiert, wir haben, äh, äh, letztes Wochenende, oder die letzten zwei Wochen, äh, ganz viel, äh, Großeltern gemacht, und es war auch sehr schön, mit, äh, Klein-Ida unterwegs zu sein, und am Wochenende unterwegs zu sein, haben auch wieder, äh, Bekanntenbesuche gemacht, wo wir schon lange, lange nicht mehr gesehen haben, und die waren auch sehr herzlich, sehr schön, und, äh, wie gesagt, von meiner Seite her, Arbeit ist jetzt wieder voll präsent, und voll interessant, und voll gut, und, ähm, das war es eigentlich von meiner Seite, also, wie gesagt, also nichts Großartiges passiert, aber trotzdem wunderbar. Nichts Schlimmes ist passiert, alles in geregelten Maßen, also alles gut. Das ist auch manchmal nicht schlecht, wenn nichts Schlimmes passiert, sondern einfach mal so, der ganz normale Wahnsinn, der reicht meistens auch. Ja, ich habe heute übrigens sehr kurz, äh, überlegen müssen, als ich, äh, ich bin ja relativ knapp vor dem Podcast heimgekommen, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, weil als ich, äh, zur Haustüre rein bin, und vor der Türe, äh, also jetzt ohne Flax, ne, hier Allgäu, ja, ich, äh, ich hatte ein kleines bisschen geschneeregnet schon, deswegen habe ich, Lass das beschwimmen, Lass das aufgemacht. Nein. Ich verstoße nicht gegen das Lebkuchengesetz. Doch, alles, alles, was Weihnachten ist, ist verboten. Nein, also da muss ich Felix verrecht geben, Spekulatius ist kein Lebkuchen, das gilt, es geht noch. Auch Dominumsteine sind eigentlich keine Lebkuchen, also ist schon, ja, wie doch. also ich, äh, unterheizig mal, ich bin dann mal weg. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr mein Podcast. Es ist wie eine Drehpause bis, bis Weihnachten. Ja. Nein, bis zum 9.11. Ja, genau, 9.11. Ich werde heute auch ein bisschen mehr im Chat ein bisschen mal mit reinnehmen, vielleicht habt ihr auch was zu sagen. Also zum einen, äh, die Pet hat es vorher schon gesagt, wir hatten ja, wir hatten ja mal einen langjährigen Zuschauer bei uns, der Nico, den kennt der eine oder andere bestimmt auch mal aus dem Video von mir oder so, der ist ja selber unter die Veranstalter quasi gegangen, der veranstaltet immer wieder mal zu seinem Geburtstag, glaube ich sogar, ist das, oder? Ist das dieses Jahr wieder sein Geburtstag? Weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall, nee, der hatte erst. Nee, er hatte Anfang September Geburtstag. Auf jeden Fall veranstaltet der, ähm, in Regenstauf eine Veranstaltung, ich weiß aber jetzt nicht, wie die heißt, aber am 12. 10. Versus Alternative. Okay. Gut. Ja, vielleicht kann der ein oder andere ja, wir fragen, wofür haben wir die eigentlich, Felix? Genau. Äh, und da spielt unter anderem auch Dark Indication, wo der, äh, der Mike, also der Pet, ihr Sohn mitspielt, ähm, quasi jetzt mit dabei ist. Die Sanya, die haben sich ja komplett um, äh, gemodelt, der Timo ist da nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, wer sonst eigentlich vor der Urbesetzung noch dabei ist. Auf jeden Fall ist der der Mike jetzt mit der Rücken und, ja. Also wer Bock hat, in Regenstauf irgendwann, äh, am 10. 12. Äh, 10. So am 12. 10. Ähm, könnt ihr da dazu, wenn wir da schon mal dabei sind. Ansonsten. Ja, Metal, nennt sich Metal vs. Alternative, jung und versaut. Drei Bands sind an dem Abend da, ein bisschen 12 Euro. Ach, Desinfiction, und zwar in Robins eine Band. In Robins hat man so eine Band spielt ja auch. Robins, eine Band spielt auch. Genau, stimmt. Das sind zwei Bands, eigentlich Community Bands kann man schon fast sagen, von dem her, äh, 12. 10. Da muss ich mal in meinen Kalender nicht schauen, aber vielleicht, ne, vielleicht, da haut ja ein Video raus, gell, das war ja kein Problem. Aber ich bin jetzt so neu schon, wo es ganz gut ist. Drei Bands, die interessant sind. Äh, ich hab da zwar schon ein Event drinstehen, aber das wird da zwei doch gehen, ich weiß noch nicht. Naja, gut, auf jeden Fall, wird es dieses Jahr noch ein paar Videos geben, auch wenn es nicht um Festivals geht, aber dann geht es halt um sowas, solche Tagesausflüge, zu irgendwelchen Veranstaltungen. Ich hab auch noch eine Veranstaltung geplant, nächste Woche tatsächlich. Das ist, das wird jetzt nicht jeden interessieren, aber mich interessiert ist, das ist die Deutsche Strongman-Meisterschaft. Auch mal schön, das live zu sehen. Und da werde ich auch einen Vlog machen. Also, ich nehm euch überall mit. Überall. Irgendwo in Baden-Württemberg. Aber wollen oder nicht, aber das brauchen wir. Das ist genau das, was wir wollen. Das kann ich dir schicken, wenn ich dann später nochmal nachschaue, wo das stattfindet. Genau, auf jeden Fall, ist ja die Frage, selbst wenn jetzt nicht so viel passiert ist, wart ihr trotzdem shoppen? Also, Felix schaut schon wieder. Okay, Roland schüttelt in den Kopf, aber der Felix. Roland hat nichts gekauft. Shopping? Nein, ich muss wirklich sagen, also bei mir ist morgen Stichtag, also morgen kommen zwei, drei Sachen raus, wo ich sage, ja, muss ich zuschlagen. Jedoch die letzten zwei Wochen, nee, ich bin nackig, ich hab nix zu bieten. Du weißt aber auch. Ich hab nur eine Sache zu bieten, aber die ist großartig. Auf die hab ich zwölf Jahre lang gewartet. jetzt kommt die große Wintersun Review Time 2. Ja, Wintersun Time 2. Es war schon sehr geil, weil, ich sag gleich noch mehr dazu, zu der Musik und allem. Aber was halt sehr geil war, vor zwei Wochen, wir hören praktisch wie im Podcast auf. Ich hab in einer Gruppe gelesen, in einer Discord-Gruppe gelesen, dass ein paar Leute schon ihr Time-Package bekommen haben per E-Mail. Das war halt das, was man sich vorbestellen konnte, sozusagen, wo unter anderem, also das Time 2-Album dabei ist und dann Remastered, Time 1 ist dabei gewesen, die Forest Seasons und sonstiges Gedöns. Also elendig viel. Ich glaub, es sind über 30 Gigabyte, was da zusammenkommt. Also das Riesen-Packet plus 5 Navias Demo-Alben vom Yari, vom Band-Cop von Wintersun. Und ja, dann war ich für die nächsten Tage natürlich beschäftigt. Hab auch noch CD und Vinyl mehr geholt, weil CD fürs Auto und Vinyl für zu Hause natürlich. Und digital hatte ich es ja eh schon. Also ich bin versorgt, was Wintersun angeht, sozusagen. und ja, was soll ich sagen? Ich höre es rauf und runter. Ich finde es großartig. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich kann ja nur für mich sprechen. Ich habe genau das bekommen, was ich haben wollte. Wintersun, verkopfter, epischer, Melodeath mit Yaris Stimme, die ich großartig finde. Schnelle Lieder, langsam Lieder, verfreckelte Lieder, ohne Ende, ewig lange Lieder. herrlich. Es sind sechs Songs drauf. Davon sind vier wirklich Songs und nicht Intro und Interlude sozusagen. Macht unheimlich Spaß. The Way of the Fire und Silverleafs. Die beiden Lieder feiere ich sehr. Und ja, Wintersun, wer sie schon mochte mit Time One und vielleicht auch mit den Forest Seasons und wer nicht abgeschreckt ist von dem ganzen Gedöns, was eben drumherum passiert ist mit dem Thema Crowdfunding, was da war. Da war ja was. mich ewig verschoben hat. Time hätte eigentlich ein großes Album werden sollen, hat sich ja dann aufgesplittet in zwei Teile. 2012 kam Time One raus, jetzt haben wir 2024, zwölf Jahre später. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Es ist ewig lange Zeit, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das das Album kaputt macht. Für mich überhaupt nicht. Ich bin happy, dass Time Two erschienen ist. Das Album ist großartig. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Es wird sehr schwer sein, für irgendeine andere Band dieses Jahr den Platz 1 zu bekommen, was meine Jahre angeht. Weil das ist einfach, das ist, wenn du eine Band so liebst, wie, ähm, so ein Fanbis, wie bei mir ist, bei Wintersun, dann ist das, äh, wenn es nicht gerade der Griff ins Klo ist, durch Zufall. Äh, selbst dann wäre es ja in den Top 5 irgendwo, vielleicht, wahrscheinlich. Aber das packt mich von vorne bis hinten. Äh, ich empfehle auch sehr, es am Stück anzuhören, weil es geht alles so geil ineinander über. Und, es macht unheimlich viel Spaß. Äh, man muss natürlich die Sachen mögen, äh, vorher auch schon, äh, so wie Wintersun, äh, war, sind sie jetzt auch. Und ich bin gespannt, wie es dann beim nächsten Album wird, das dann hoffentlich nicht zwölf Jahre dauert, oder, naja, das ist ja jetzt Time 1 zu Time 2, war ja dazwischen drin noch die Forest Seasons dabei, 2017, wenn ich mich gerade nicht täusche. Was ich auch ein sehr großartiges Album finde, mit vier Songs, die praktisch vier Jahreszeiten abbilden. Aber, ja, Wintersun, man merkt, ich bin voll drin. Äh, bei einem neuen Album bin ich voll drin. Es macht unheimlich viel Spaß. Das höre ich rauf und runter im Auto zu Hause. Ich weiß nicht, wie oft sich die Vinyl schon gedreht hat. Wie oft ich auch mit Kopfhörern durch die Wohnung, äh, watschel, äh, und hab's auch gewonnen. Ja, I love it. Das ist doch schön. Es ist scheißegal, was ein Megativen gesagt wird. Mich trifft's voll, genau das, was ich haben möchte. Ich seh da die Musik und, äh, hab auch sehr viele Interviews, äh, mit ihm angeschaut, wo, äh, vor allem diejenigen, die so viel über ihn ablästern und abhaten, kann man stellenweise auch sagen, boah, macht euch die Mühe, guckt euch mal ein paar Interviews von ihm an und seht mal, wie erleichtert der Mensch ist, dass jetzt die ganzen Probleme weg sind, die Time 2 verursacht hat, was da alles dahinter steckt, was das letzte Crowdfunding eigentlich bedeutet hat, was dabei rumgekommen ist, was dabei aber auch nicht rumgekommen ist, ähm, ich hab da die Sachen verschlungen, beziehungsweise angeschaut, angehört, gelesen, alles, äh, bin da recht gut im Bilde und muss manchmal den Kopf schütteln, wenn ich Reviews lese, wo ich mir denke, ja, nicht damit befasst, du voll Idiot, deswegen, brauche ich deine Review eigentlich gar nicht fertig lesen, aber, das ist ja immer das Subjektive an der ganzen Geschichte, richtig objektiv kriegst du nie was hin, für mich ist es subjektiv, äh, eine scheißgeile Scheibe, die, äh, jeder anhören sollte, und glücklich sein sollte, bei mich macht sie sowas von glücklich, und ich hab das, das muss uns einfach wieder, es kommt nicht auf die Quantität, sondern einfach auf die Qualität, und wenn man nur eine Platte kauft, in zwei Wochen, oder in vier Wochen, wie auch immer, und wenn das geiler Scheiß ist, dann ist das einfach geiler Scheiß, und dann ist das auch Ordnung, dann ist prima, also, fertig. Und wenn der Felix glücklich ist, weil die rausgebracht haben, was sie rausgebracht haben, dann haben sie sowieso alles geschafft, was sie schaffen wollten. Ja schon. Das sagt immer sie halt schon, genau so was, ja, ordentlich geschlaget, oder wirklich geschlaget, wie sagt man da? Gibt's denn zu, zu, äh, weil wir ja sowieso dann so wenig, äh, also, auch über unseren Instagram-Channel veröffentlichen, quasi jetzt, äh, wie zum Beispiel, der, der da heißt, äh, Felix, blattnet, unterstrich, blattentippst, oder ein paar schneller, äh, genau, metalnet-plattentipps, da könnt ihr natürlich immer lesen und sehen, was wir, über was wir in dem Podcast so für reden, äh, über welche Alben, falls ihr den Namen oder das Cover sehen wollt, oder wie man es schreibt und so, könnt ihr da einfach draufgehen, die Claudi ist auch da, glaube ich, die postet bestimmt einen Link in den Chat, äh, dass ihr da auf den Instagram-Channel kommen könnt, und, äh, wenn die Bands auch auf Insta sind, da verlinke ich die, wenn nicht, dann geht's natürlich nicht, äh, deswegen nicht wundern, wenn bei der einen oder anderen Band vielleicht auch, die Querverbindung dann nicht da ist, aber, äh, in der, in der Bildunterschrift habe ich sie im Normalfall immer drin, sprich, wenn es euch dann interessiert, geht drauf, guckt bei der Band vorbei, meistens gibt's da dann eben auch die Snippets zum neuen Album irgendwie, deswegen. Da könnt ihr uns auch gerne Dinge schicken, über private Nachrichten, wie ihr das wollt, irgendwo verlinken und so. Und ansonsten würde ich nämlich die Frage stellen, weil wir jetzt zwar bloß das eine haben, hat dein Kauf, deine Vorbestellung für Wintersun, auch dafür gereicht, dass sie eventuell, äh, in die Charts gekommen sind? Oder, wenn nicht, gab es denn andere Chartplatzierungen, über die wir reden sollten? Ja, sie sind in die Charts gekommen, da komme ich gleich dazu, äh, erstmal noch zu letzter Woche, ähm, da ist, äh, da sie Solo unterwegs ist, die, ich meine, Sängerin von Epica war sie, oder ist sie noch? Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, Simone Simons, äh, mit Vermillion, die ist jetzt, äh, mit ihrem Solo-Projekt unterwegs, Platz 72 eingestiegen, also, äh, relativ weit hinten in den, äh, Top-100chen. Und, äh, als nächstes Platz 50 Stahlmann. Ja. Was war? Hä? Die haben nicht auch gedacht, wo ich erst in den Milchstock gespielt habe, die haben in den Zivow in den Milchstadt ein großes, also in Anführungsstrich, ein großes Konzert gegeben, und so. War das Stahlmann oder Stahlzeit? Ah, Stahlzeit. Entschuldigung, das war Stahlzeit. Aber ist das dieselbe Band und nur anders, oder? Es gibt nämlich auch eine Ramstein-Coverband, die als normale Band auch unterwegs ist, weiß aber nicht, ob die einen anderen Namen noch hat, weil wenn das jetzt Stahlmann, quasi ihre eigenen Lieder und Stahlzeit, die Ramstein-Cover, das ist so, ich meine, dass das nämlich auch gibt. Ich weiß aber nicht, ob das die beiden Bands waren. Ah, das steht auf dem Rockharz, Stahlzeit ist die, oder war das die andere Ramstein-Tribute-Band? Stahlzeit, Märzfeld-Eigene Band, Stahlzeit-Coverband, genau. Dann waren das die Abwohler. Völkerball und Heldmaschine. Heldmaschine, ja, genau. Hoppatz, genau. Dieses Jahr. Genau. Stimmt. Jetzt gibt es auch noch. Wir sind ein bisschen verwirrt, aber wir haben uns auch einen weitergeholfen. Also, glaube ich, fast jede Grabstein-Coverband auch eine eigene Band und da waren einen Namen wahrscheinlich. Also zusätzlich noch. Das war auf jeden Fall Stahlzeit und wir reden jetzt von Stahlmann. Mann. Mann. Okay, aber es ist auch neue deutsche Härte wahrscheinlich. Ich meine ja. Bin mir auch nicht ganz sicher. Oder noch neue deutsche Härte. Ganz große Ausführer, Anführungszeichen. Neue. Naja, cool. Platz 50 für dieses Shores, gell. Genau. Platz 31 eingestiegen ist Seal and Ardor mit ihrem Album Greif. Und soweit ich weiß, ist es sogar komplett in Eigenregie entstanden. Also sie haben kein großes Label oder irgendwas hinter sich und dafür finde ich so eine Platzierung auf 31 immer ziemlich stabil. Und ja, jetzt mal schauen. Ich würde sie gerne mal live sehen, weil mir gesagt wurde, sie sollen live ziemlich cool sein. Und mal gucken, wann das mal hinhaut. Auf jeden Fall Platz 31, Seal and Ardor. Ja. Okay. Dann Platz 20, jetzt wird es ein bisschen härter, wir gehen in den Death-Bereich. Nile hat ein neues Album rausgebracht. The Underworld awaits us all. Wie gesagt, Platz 20 eingestiegen. Ja. Ich habe in zwei Lieder reingehört, es ist halt Nile, nichts anderes. Ich bin jetzt kein großer Nile-Fan, aber das war halt gewohnt. Auf die Schnauze. Scheint ja gute Fanbase zu machen. Das auf jeden Fall. Und ja, ich weiß gar, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir sie in der letzten Sendung schon hatten, weil da ja auch die Midweek-Charts so ein bisschen immer angerissen werden von uns. Aber auf Platz 12, All for Metal. Ja. Ich meine, wir haben sie schon erwähnt. Auf jeden Fall. Aber die, genau, die sind aber von den Midweeks nochmal gestiegen, glaube ich, oder? Ich meine, das war, weil da habe ich auch mit dem Tetzel darüber geredet. Er war ein bisschen enttäuscht, weil in dieser Woche die anderen Musiker, die halt drüber waren, so für uns so unbekannte waren. Also gut, wahrscheinlich große Pop-Sternchen, die wohl keiner kennt oder so ein bisschen musikalisch halt aus der Reihe fallen, weil wir so was anscheinend, es gibt ja auch Pop, der nicht radiotauglich ist, theoretisch, aber die trotzdem halt dann so weit drüber sind, da war er auch leicht enttäuscht, muss ich sagen. Aber mein Gott, dann habe ich den großen, starken Mann halt rösten müssen und sagen müssen, aber 12 ist doch auch ganz gut. Also ich würde schon sagen, für das zweite Album, was sie rausgebracht haben und das jetzt Felix nicht so gefällt und meines Erachtens wieder, meines Erachtens wirklich eine weite Entwicklung gemacht haben, im Gegensatz zum letzten Album, muss ich sagen, es sind zwar ein, zwei Sachen drauf, wo ich sagen kann, gut, die hätten sie sich sparen können, jedoch, wie gesagt, für mich ist es auf jeden Fall eine Weiterentwicklung und ich fahre es auf jeden Fall, ich finde es. Ja, dann, ich habe es mir noch nicht geholt, aber ich werde mir, ich habe wieder mir selber Auflagen für diesen Monat aufgetragen, ich kaufe nix den Monat, muss Geld sparen, oder ich will Geld sparen, weil eine größere Anschaffung für mich ansteht, und dementsprechend werde ich wahrscheinlich alle so Alpha-Metal das Album mehr, die ich schon auch haben, weil ich habe das erste auch, oder halt was sonst noch so rauskommt, was ich jetzt so auf meiner Z, auf meiner Listen noch habe, was ihr so erzählt habt, werde ich mir dann vielleicht Weihnachten so als eigenes Weihnachtsgeschenk so nachkaufen. Zählt dann zwar nicht mehr für die, für die, für die Charts, aber im Herzen so, Hauptsache ein bisschen unter. Die Unterstützung ist trotzdem da. Eben. Ja, wenn das alles war, ach gestimmt, genau, das war die Woche auch noch, ja. Genau, also es ist jetzt praktisch Midweek Charts sozusagen, beziehungsweise kurz vor Ende der Midweek Chart, ich glaube morgen ist es wieder finito. Elende hat ein neues Album rausgebracht, Todbringerin, die sind auf Platz 37 eingestiegen, würde man sagen, für Black Metal echt nicht schlecht. So, jetzt muss ich an Taylor Swift, Taylor Swift und nochmal Taylor Swift vorbei, und komischerweise ist Linkin Park auch wieder in den Charts, wer hätte das gesagt? Ja gut, wer hätte das gedacht? Dazu später mehr. Tanzwut ist auf Platz 15 eingestiegen mit Achtung, Mensch, da habe ich etwas gestaunt, so weit oben, Tanzwut, okay, stabil und, da glaube ich, da sind mittlerweile eine richtig gute Fanbase haben, also da denke ich auf jeden Fall, weil, ich muss sagen, ich habe es mal ein bisschen reingehört, die Sachen, die es vorher abgekommen sind, war jetzt nichts Neues oder wie immer, aber wie gesagt, da ist halt die Fanbase dahinter und so Mittelalter Gedöns und Deutsch Zeug, das geht glaube ich immer und ja, Tanzwut macht einfach Spaß, muss man sagen. Ja, ist halt auch ein bisschen so Partymusik, ja, geile Lightband, ja, die da finden wollen, auf jeden Fall, Stimmung können sie definitiv, ja, und dann kommen wir auf Platz 11, also die Doppel-Eins, Winter Sun Time 2, Echt? Die Doppel-Eins, die Doppel-Eins, die Doppel-Eins, achso, jetzt, auf Platz Doppel-Eins, okay, auf Platz Doppel-Eins, also der 11, Winter Sun Time 2, was mich sehr gefreut hat, natürlich, ich habe bloß gelesen, auf dem Insta-Channel von ihm, dass sie in Finnland auf 1 gelandet sind, was mich dann auch sehr gefreut hat, ja, Deutschland, mal 2 Einsen zu vergeben, Edge. Ja, genau, aber du kannst ja eine Saison, 11 ist auch ganz gut, nicht weinen, nicht weinen, jo, aber damit war es das mit den Charts, gar nicht so viel passiert die letzten 2 Wochen sozusagen, was in Metal, beziehungsweise Metal Alternative würde ich so ein bisschen mixen, wenn man gerade Tanzwut mit reinnimmt, ja, aber ein paar schöne Platzierungen auf jeden Fall. Mhm, das ist doch schön, wenn die Bands dementsprechend Erfolg haben und gefühlt immer noch mehr in den Charts auch zu lesen ist, hier, auch wenn man dann sieht, dass diese ganzen Old, also sowas wie SEDs oder so, diese, diese, diese alten Bands, die halt, diese, diese Dinosaurier, nenne ich sie jetzt mal, die halt immer noch da sind, Stadien füllen und generell, äh, gibt's halt immer mehr Bands, die riesige Stadien füllen, ist doch schön, wenn das so ist und unsere Festivals dann auch dementsprechend wieder alle besucht werden, wir haben wieder Bock, äh, Musik zu hören, immer noch mehr, äh, äh, wir alle fleißig einkaufen und dementsprechend, sind wir natürlich nicht nur, also das Genre und wir Mittler und so, ja nicht nur, äh, durch sowas in der Presse, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Presse da draußen, die über unser Genre berichtet, dazu gibt's halt extra Presse, die rein nur über Metal berichtet, das sind dann die ganzen Online-Magazine und, 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 ähm, damit ihr diese Online-Magazine nicht lesen müsst und euch nicht durch Seiten von, äh, irgendwelchen Redakteuren blättern müsst, irgendwelche Reviews lesen, die sehr subjektiv geschrieben sind, obwohl ihr das ganz anders empfindet, deshalb gibt es diesen Podcast hier, weil auch wir, wir lesen, also, also wenn man ehrlich sagt, der Felix liest, die Sachen im Internet nach und der Roller natürlich auch, also wir machen das schon miteinander und das ist immer wieder mal sehr spannend, was da jetzt rauskommt jetzt, weitermachen. Ich nicht, ihr liest das, äh, immer durch und postet in unseren Gruppenchat auch immer fleißig, was wir, äh, was, was für Themen das sind, ich bin die Themen nicht durchgegangen, nur ein Thema ist mir natürlich sofort hängen geblieben, weil es das wahrscheinlich lauteste Thema im Internet war, da kommen wir aber gleich dazu, ähm, nichtsdestotrotz würden wir uns jetzt heute mal ein bisschen schneller als sonst, äh, aufgeben, in das imaginäre Schwimmbecken der frohsinnlichen News und auch manchmal traurigen, äh, News begeben, um uns dann, äh, äh, um über diese Dinge zu unterhalten, was denn da draußen äh, die Welt so bewegt hat und ich warte, dass im Chat, äh, auch schon mal sich darauf vorbereitet wird, dass wir das jetzt tun, denn wir, wir, wir gehen, Beckenrand, 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 sicher, heute der Beckenrand, einfach das schneller geht, dann, äh, einfach nur, einfach nur, weil wir rebellisch sind, okay, heute scheißen wir mal auf Regeln, heute scheißen wir mal auf Regeln, wir haben gerade eben noch gegessen und jetzt, fünf Minuten später, stehen wir am Beckenrand und auch wenn der Bademeister, der imaginäre Bademeister schon rüberschielt mit seiner Taucherbrühen und seiner roten Hosen, äh, wir nehmen Anlauf und springen Kopf voran in die Metal News, in einen Milchbadesee aus Cerealien und tauchen zuerst und dann, äh, hat der Felix für uns vorbereitet, danke Chat, ihr seid wahnsinnig fleißig hier, die springen alle, das Jump Emote, sehr schön, so gefällt mir das, ihr müsstet, alle, die jetzt zuhören, ihr müsstet bei diesem Event einfach mal live dabei sein, alle zwei Wochen Donnerstag auf YouTube und auf Twitch und jetzt Felix, was ist die letzten Wochen so passiert, also ich dachte, das große Thema noch nicht klein nehmen, vielleicht, äh, da muss ich, da brauche ich noch ein bisschen das, wovon ich überhaupt nicht geschmeckt bekommen habe, aber da bin ich jetzt gespannt, was ich von euch, das Internet hat gebrannt, aber es können wir, gut, das ist ein bisschen, wenn ich so viel, ich fange an, ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, so langsam kommt so auch wieder diese Festivalmüdigkeit, aus der komme ich doch wieder raus, die jetzt genau zwei Wochen hochgehalten hat, oder? Die Festivalmüdigkeit, seit dem Partysam, seit dem Partysam, deswegen, also, sagen wir mal, einen Monat hat es gehalten, aber länger auch nicht, gut so, gut so, soll bitte so bleiben, oder einfach gar keine Festivalmüdigkeit, bin ich auch zufrieden, ne, aber wenn ich dann Festival sehe, wie soll ich, es ist Ragnarök für nächstes Jahr, dann schlagern mir da schon ein bisschen die Ohren, weil, da steht ganz oben Behemoth, da steht da Rotten Christ, dann steht da Batushka, dann steht da Elendale, Suidakra, Rima und Ulta, Ull kommt, Groza kommt, Andrisch kommt, Weber kommt nicht, den ich gerade, unter anderem geil finde, also Windows Hand kommt, noch nicht, noch nicht, zu wenig Pagan, würde ich sagen, ja, geiles Lineup, Corpiglani, Obscurity, Black Messiah, also ich, ich habe jetzt fast das komplette Lineup, was schon bekannt ist, einmal runtergerattert, und ich sehe da nicht wirklich was Schlechtes, also ich muss hinfahren, weil es einfach eines der ersten Festivals im Jahr ist für mich, aber auch, weil ich mit meiner Frau dann unbedingt Behemoth anschauen muss, ist ja Behemoth-Fan und die wird es schon lange nicht mehr live gesehen und deshalb freue ich mich da auf jeden Fall drauf und die anderen Bands natürlich auch, ich bin gespannt, was sonst noch alles kommt, wird schon lustig. Ja, und vor allem eine Band, die dabei ist, wo wir jetzt auch diese überholt, letzte Woche, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wann die News so auskamen, geht nämlich um Batushka und da ist die Frage ja jetzt bisher immer gewesen, ja, welche Batushka jetzt? Da gab es ja diesen Streit zwischen Sänger und Gitarrist. Zwischen Batushka und Batushka. Batushka verwendet und wir hatten ja in den News, dass es da ein Gerichtsurteil gab und es war die große Frage, aber da ist es auch wieder dagegen vorgegangen, gegen dieses Gericht, gegen dieses Urteil und was passiert da jetzt und wie, was, wo. Die Lösung ist so einfach und originell, wie man sich vorstellen kann. Batushka, die praktisch gewonnen haben, nämlich der Christoph beziehungsweise Christ Batushka, wie es da immer so schön hieß, um Batushka dann zu beschreiben, die auch auf dem Partisan waren, die heißen eben weiterhin Batushka und der Bart, Bartolomei, der ehemalige Sänger sozusagen von Batushka, dem seine Band heißt es nicht ja Batushka, sondern Patriarch. Okay. Gut, welche habe ich auf dem Wolfszeit noch gesehen? Wahrscheinlich die erste, oder? Ich meine, da hast du das Batushka gesehen, was weiterhin Batushka heißt. Gut, weil das ist auch das, was ich schon gekannt habe unter dem Namen, also diese, da wo, wenn das Opening losgeht, die ersten mal dreiviertel Stunden lang brauen, bis alle Kerzen anzünden sind und dann irgendwann nochmal jemand zum Singern anfangen. Aber was halt bleiben wird, ist, dass die Bands logischerweise in einem sehr ähnlichen, ja, musikalischen Umfeld rumwerkeln. Also das darf wieder eine sehr ähnliche Geschichte werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit der Namensänderung auch irgendwelche eine Stiländerung oder sonst was einhergeht. Das ist eine Namensänderung, die wird hier ordentlich, da wird das Promotion geschalten, des Todes wahrscheinlich und Vollgas gegeben und dann werden die auch gemütlich ihre Buchen abfackeln sozusagen, würde ich mal behaupten. Und Kerzen, ganz viele Kerzen. Ganz viele Kerzen. Das definitiv, das definitiv. Jo, das war einmal diese große Namensänderung. Dann hatten wir auch zwei Nachrichten, die ich eigentlich bloß so unterschwellig bei so zwei Portalen gelesen hatte, wo es leider um Todesfälle ging. Nämlich einmal bei der Band Oever und da ist der Keyboarder gestorben und da war es am Ende bloß ein relativ einfacher Post, dass er gestorben ist und das war über Social Media gemacht. Tore Ilvisaka, der Keyboarder, so heißt er. Und ja, es klang relativ rudimentär, würde ich diese Nachricht beschreiben. Und ja, das Tragische war dann so, ein paar Tägchen später wurde dann bekannt gegeben, dass er sich das Leben genommen hat. Sprich, es war ein Suizid. Und ja, da natürlich auch ganz wichtig, immer diese Sachen, so wie bei, was ich mittlerweile sehr toll finde, sobald es um das Thema Suizid geht. ich wüsste gerade kein Metal-Portal, das es anders macht. Es sind sofort alle Hilfsangebote drunter geschalten, die Telefonseelsorge, egal ob für Kinder oder Erwachsene, die Homepage und alles, also ganz wichtige Geschichte, wenn es da irgendwas gibt, auch von eurer Seite und ihr da irgendwas mitkriegt, auf jeden Fall auch auf die Hilfsangebote. Ja, aufmerksam machen, weil definitiv eine wichtige Geschichte, weil in dem Fall war es ein 54-Jähriger, der sich, der die Entscheidung getroffen hat, Suizid zu begehen und ja, 54 ist definitiv kein Alter, um zu sterben und vor allem als Suizid nicht. Ja, man steckt nicht drin, man steckt nicht drin, kann in jedem jedes Euter passieren. Fimmt. Ja, das war die eine traurige Nachricht und die andere traurige Nachricht, Patrick Müller heißt der Gute, die Band, die aus Geist entstanden ist, nämlich Eis mittlerweile heißt und auf Tour ist, waren sie diese auf dem Mahlstrom? Ich meine ja, aber als sie eben noch Geist hießen, da war Patrick Müller der Bassist und der ist auch leider gestorben, wo hielt da die Band einen sehr ausführlichen und großen Nachruf aufgegeben auf Social Media auch ja geht einem auch relativ nahe, muss ich sagen, auch wenn man vielleicht der Band jetzt nicht so viel folgt oder sonst was, aber ja dann Rest in Peace Leider Rest in Peace Nachrichten von dieser Woche es hat immer wieder welche dabei ich weiß nicht was was los ist also zwei Wochen in zwei Wochen kann viel passieren wer weiß also vielleicht aber ja auch darüber wollen wir natürlich berichten und so ist es dann geht es weiter ein weinendes ein lachendes Auge sage ich jetzt mal als Übergang bevor es dann zu den großen bis zu dem Elefanten kommt im Raum wir hatten ja schon mal über den wunderbaren Vinylbus gesprochen ich durfte ihn auch einmal besuchen weil der bei mir halb gemacht hat es war eigentlich eine Sache die sie während Corona sich ausgedacht hatten mit diesem schönen amerikanischen Schulbus voller Vinylplatten durchs Land zu fahren um einen ja fahrenden Plattenladen zu haben großartig ich fand die Idee großartig ich finde sie bis heute toll und ja die gehen jetzt sozusagen auf Abschiedstournee im Oktober November Dezember könnt ihr ja mal schauen ob der vielleicht bei euch irgendwo vorbei düst auf jeden Fall Preis-Leistung fand ich da immer sehr sehr cool coole Gespräche auch entstanden mit dem einen Mal wo ich vor Ort war beziehungsweise wo er bei mir vor Ort war sagen wir es eher mal so coole Sache ungewöhnliches aber geiles Konzept deswegen ja schade dass es vorbei ist aber auf jeden Fall eine coole Sache gewesen vor allem in der guten alten C-Zeit Nacht und zwar sind die also ist das wenn man auf venilbus.de geht oder kann das sein ja das müsste noch die Homepage sein der ist Oktober November und Dezember auf jeden Fall und Tour ich gehe mal kurz durch Willach Hamm Hagen Sondern Allendorf Mülheim an der Schermbeck Arnsberg Wetzlar Aschaffenburg Darmstadt Mainz Wiedmarschen Korsfeld und ab November dann Osnabrück Beckum Essen Lünen Wuppertal Soest Paderborn Kassel Mörs Bielefeld Porta Westphalica Hannover Bad Nendorf dann Dezember irgendwie kommt er nicht zu uns in die Gegend ne hab ich auch gedacht war nicht doof Karl Trübblingsen bei Iserlohn Mönchengladbach Leer Aurich Willenshafen Westerstede und ganz am Schluss in Oldenburg so wisst ihr das auch wann die Daten sind ganz genau poste ich euch noch in den Chat und einfach auf www.venylbus.de ich finde das eine coole Sache aber es ist nicht einmal irgendwas wo man mal kurz hinfahren kann das ist ja alles jedes Mal leider nicht also so als Besuch das mal sich anzuschauen wäre schon cool gewesen naja dann halt nicht aber ja es gibt ja genug wir sind ja nur so bei dem Süden unsere Zuhörer sind ja überall verstraut in ganz Deutschland von dem her könnt ihr euch da auf jeden Fall daran ergötzen so und war also eine Sache die ich sehr cool finde auch auf der Homepage weil ich auch gerade noch kurz drauf gegangen bin wenn ihr irgendwelche Raritäten oder für euch Besonderheiten auch die haben ja die haben so eine Excel-Liste online gestellt wo man dann praktisch auch Sachen vorbestellen kann bei denen also wenn man sich etwas sichern möchte vorab und bis wann man sich das auch sichern kann also da ist eine ordentliche Liste drin mit oh ich habe sie gerade runtergeladen Moment über 1000 Vinyls nicht schlecht wenn man etwas Spezielles sucht was dann vielleicht auch mal ein bisschen teurer ist wobei ich habe es vorhin schon gesagt ich finde bei denen die Preisgestaltung sehr sehr gut beziehungsweise fair aus meiner Sicht deswegen mal rein genau ja und jetzt können wir uns eine halbe Stunde noch über das eine Thema unterhalten oder wie ja vermutlich es begab sich ja zu einer Zeit Anno Domine 2000 und 17 16 15 wann war das wo Chester Bennington auch gestorben ist also der Sänger von Linkin Park und Linkin Park ist ja eine Band die sehr 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 eine sehr sehr große Fanbase hatte zur damaligen Zeit und die viele Menschen auch zum Metal gebracht hat also ich ich allein kenne eine bestimmte Hinweise die von sich behaupten die Band hat mich zum Metal gebracht dementsprechend gibt es natürlich danke Claudi 2017 ist er gestorben dementsprechend gibt es natürlich da auch eine sehr emotionale Verbindung zu dieser Band und plötzlich war das dieses Jahr so dass also man man hat ja nicht vermutet dass da irgendwas nach 2017 nochmal kommt zu dieser Band und jetzt ist auf der Homepage plötzlich ein Countdown aufgetreten aufgekommen finde ich Zuhörer von oder Zuhörer von Linkin Park haben das natürlich mitbekommen und der Countdown ist halt ewig gelaufen und irgendwann war der Countdown vorbei und dann ging der Countdown wieder nach oben also ein Count up wie es dann weitergegangen ist weiß ich nicht genau ich habe dann auf Social Media auf jeden Fall mitbekommen und genau das war das was ist das Internet ist förmlich explodiert die einen sagen wow voll geil die anderen sagen hätte es nicht gebraucht wie immer denn es wurde bekannt gegeben Linkin Park macht weiter und zwar mit einer neuen Sängerin mit der Lady Sänger genau viele sagen schlechter Tausch ich würde ich behaupte jetzt einfach mal das Gegenteil weil deren ihr kratzige dreckige Stimm ihr graulen und schauten wie es es kann Herze Aguro es ist ein es ist kein keine Reunion es ist kein wir machen weiter wie bisher sondern es ist und das Album heißt auch so denn es kommt auch ein neues Album neu anfangen also ein wie heißt das Album Felix Hübmer From Zero From Zero also von von null an fangen wir neu an die haben glaube ich auch neue Lieder also ein paar alte Lieder mit ihr nochmal neu aufgenommen so und so und jetzt zerreißen sich natürlich alle das Maul zum einen gibt es die einen die sagen das Erbe von Chester Bennington wird beschmutzt also so krass mit sie wollen sie wollen ihn auslöschen aus der Geschichte von Linkin Park bis hin zu denen die halt sagen ja hätte du auch geil also weiter so so und diese Range ist halt ewig groß also das Internet wie gesagt das hat zu dem Thema alles zu sagen gehabt was es nur zu sagen gibt genau brennen viele Flammen kleine große Höllenfeuer alles brennt irgendwie so ein bisschen genau und dementsprechend mussten auch Statements gemacht werden also auch der der zweite Sänger von Linkin Park wie heißt er ich kenne ja die nicht ich bin mit denen ich bin mit denen nicht dazu gekommen zum Metal hier gibt es zu deswegen geht es mir einigermaßen am Arsch vorbei aber ja trotzdem ist es natürlich durch meine Timeline irgendwann überhand genommen aber ich dachte jetzt muss ich mir das Ding halt trotzdem anschauen gut der Mike Shinoda hat auch ein Statement dazu gemacht und hat halt dementsprechend auch gesagt also vieles was man auch gelesen hat und alles es ist halt wie es ist die Band entscheidet ob sie weitermacht das hat halt der Zuhörer nicht zu entscheiden ganz einfach er hat auch gesagt ich bin mir gar nicht sicher ob es im Interview war oder ob er es textlich gesagt hat keine Ahnung weil da war so viel jetzt online deswegen seht mir das bitte nach aber er hat eben unter anderem gesagt ja sie haben sich halt auch immer wieder getroffen auch mit anderen Musikern getroffen mit mir und da haben sich halt auch sehr gute Connections ergeben und das war eben gerade mit Emily Emily Armstrong als die neue Sängerin die ursprünglich Sängerin von war die hat noch eine andere Band jetzt hast du mich fuck wir haben Felix Streiks im Kalender an zu viel Streiks an wir haben Felix gepackt ich muss gucken ob das in einem meiner Artikel noch drin steht Dad Sarah Dad Sarah genau die Band habe ich auch schon mal irgendwie gehört keine Ahnung aber naja und sie haben jetzt auch einen neuen Schlagzeuger weil der alte Schlagzeuger der hat gesagt der ist auch nicht mehr dabei da hat sich es auch eben über die Zeit ergeben also neue Sängerin plus neuer Schlagzeuger Ja aber wenn ich das Ganze so richtig jetzt eruiere ist es dann einfach so dass ein Bandmittel gegangen ist also wie auch immer ob er jetzt gestorben ist oder ausgestiegen ist und wie auch immer die haben sich jetzt eine schöpferische Phase gegeben und machen jetzt einfach einen Neuanfang mit einem neuen Sänger Sängerin mit neuen Musikern und starten halt jetzt mit dem alten Namen durch weil es halt einfach nur die meisten von der Band sind und machen jetzt einfach neue Mucke Ja Also meine ich habe es schon richtig gesehen oder Wo kann man das anfassen Oh Gut Dann wird Freiheit nur gemacht Ja Es geht ja noch viel tiefer weil ich das nämlich ja gerade weil ich das gerade auch gelesen habe Mettelsburg ist halt die ist als Person schwierig vielleicht ich weiß nicht worauf du hinaus willst im Chat aber ich kenne sie jetzt persönlich nicht aber es wurde ja auch erzählt so von wegen sie hat Connections zu wie wie war es denn diese komischen Sekten Typen in Amerika Scientology Scientology wo auch schon wieder rausgekommen ist dass ihre Eltern halt schwierigerweise da mal waren aber sie damit hat nichts zu tun hat grundsätzlich aber auch das ist so ein Ding für mich ist das auch bloß eine Religion wie die andere muss ich sagen und dann feel free also ohne Scheiß sonst darf man ja gar keinen Film mehr anschauen mit Tom Cruise und den ganzen Dullis die da drin sind aber die da Töpfe aufgemacht werden die ja nur weil man es halt schlecht richtig meckert also tatsächlich einfach voll das ist wie mit allen Themen auch sobald der sagt ja gut mir geht das jetzt schon nahe dass das jetzt quasi dieser Austausch stattfand und ich möchte das jetzt unbedingt hassen dann suche ich halt so lange bis ich sage ey die hat die ganze Leben lang rau die Schuhe gehabt und rau die Schuhe darf weißt du wer rau die Schuhe hat so in der Art weißt du also so deswegen ist es mir auch wie gesagt mir ist es persönlich egal kenne die Frau nicht ich weiß nicht ob das schwierig ist die werden schon wissen wenn sie sie da dazuholen also die müssen ja klarkommen mit der wenn es jetzt in einem Jahr heißt ja du hat doch nicht passt dann ist auch in Ordnung dann hat es halt nicht gepasst aber die müssen ja mit der auf Tour gehen die müssen ja mit der befreundet sein oder wie immer das ist ja nicht nur reines wir sehen uns einmal in der Woche zum Proben und dann gehen wir auf Tour und ansonsten ist es ein Arbeitsverhältnis ich gehe mir davor aus dass das schon im Laufe der Jahre wo sie sich halt kennen auch dementsprechend kennengelernt haben und deswegen wie gesagt ich bin einfach zu emotionslos was diese Band auch geht und ich verstehe auch dass sich vielleicht der ein oder andere in seiner Emotion so überschattet fühlt dass er sagen muss scheiße es gibt aber genügend denen es genau so geht ich bin mit der Band zum Metal Kummer und endlich geht es weiter so also es ist wie bei allem es ist eine Range von die Welt geht unter bis wow die zweite Welt wird aufgemacht so in der Art also und alles dazwischen ist halt nur ja mein Gott wie gesagt mir ist es für mich ist es gut genug dass ich hier im Podcast drüber reden kann das in den Titel schreiben kann und dann gibt es einen Haufen Klicks drauf weil das Thema einfach dementsprechend ihr könnt es jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben wenn ihr den Podcast auf YouTube nachhört ob ihr wegen dem Titel eingeschaltet habt dann freue ich mich und dann ist es ja auch in Ordnung könnt ihr euren Senf dazugeben aber wie gesagt es ist da ist einfach zu viel Emotion hin oder her dass jeder fühlt es anders und dem einer geht es am Arsch vorbei der andere sagt ich muss jetzt da das Schlimmste rausholen und ich muss ich muss jetzt so lange im Internet wühlen was rausfinden wo immer nicht hundertprozentig sicher sein kann ob es stimmt denn auch das Internet hat notizioniert mittlerweile verleiht der KI und dann muss ich das rauspacken in der Hoffnung dass das Mike Schien oder sieht und dann sagt ach weißt was bist doch nicht die richtige glaub nicht dass das vorkommt das ist wie ich vergleiche ich vergleiche das jetzt mal mit einer WM Fußball keine Ahnung Fußballer stehen auf dem der Fußballer der Schiedsrichter läuft hin gibt ihm rote Karten weil er gefault hat und der Fußballer steht auf und möchte dem Schiedsrichter jetzt ins Gesicht sagen dass das eine falsche Entscheidung war ich glaube wir sind alle uns einig keiner von uns hat jemals im Leben mitbekommen dass der Schiedsrichter dann gesagt hat okay wenn es so ist dann ziehe ich die rote Karten wieder zurück so das ist ungefähr genauso also das wird nicht vorkommen und auch das ganze was im Internet los ist wird nicht dagegen kommen dass die können ja noch irgendwas machen die werden jetzt damit mit ihr auf Tour gehen und in und in 20 Jahren heißt es dann ja genau Bons Gott war der bessere Sänger weißt du nach 80 gefüllten Alben ist es immer noch der bessere Sänger gewesen ja man hört dich nicht Roland Roland du hast irgendwas aus der ausgeschalten jetzt 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 hätte er was gesagt jetzt hätte er was zum Song gehabt es hat schon so es hat schon so es hat gebrodelt schon äh steck das Mikro nochmal aus steck das Mikro nochmal aus und nochmal aber man hat das schon gemerkt was jetzt über mein Bons Gott kann ich ja nochmal dazugeben ja genau wie das funktioniert ich fand es sehr schlau gemacht dass sie da diesen Countdown hatten da ist er wieder okay gut also ich wollte erst dazu sagen ganz schnell ganz schnell bevor es wieder weg ist das Mikrofon es hat mir zumindest geholfen dass ich das Thema Linken Park was mich ja überhaupt nicht dankiert hat weil das ist Musik nie nahe gekommen aber man hat in letzter Zeit immer wieder was gehört und jetzt kann ich zumindest ich verstehe es nicht aber ich kann es zumindest nachvollziehen also ich habe es gehört ich habe es gesagt was viel und wieder ist was da zu geht und gut ich muss nicht dumm sterben wenn es morgen vorbei wäre sondern ich weiß das Thema Linking Park ist jetzt on air und da geht es hin und her und gut also es ist nichts wichtig was mich jetzt beschäftigen müsste Claudie schreibt gerade ganz cool im Chat finde es süß mein Paps hat im Internet so gut wie nichts zu tun wenn ich ihm Musik vorspiele gefällt es ihm oder gefällt es ihm nicht es wird einfach nur die Musik bewertet ohne Sachen aus dem Internet ein glücklicher Mann ja so kann man es eigentlich auch sagen das ist einfach wenn du wenn du dann noch nachliest dann noch in die Kommentare gehst in das Rabbit Hole absteigst in die Höllen Pforten des Internets dann kommt wie sagt das habe ich auch noch nicht gehört ja wenn es untersteigt ja Rabbit Hole ja so viel Englisch kann ich schon also zu viel bitte aber dass dass es da einen extra Auszug dafür gibt dass man dann untersteigt ins ja ja ich würde was gehören also da war das dunkle da war das was man lernt da war das dunkle Internet Rabbit Hole and Learn About Music okay jetzt habe ich das verstanden das darfst du nicht ne auf jeden Fall kurz noch am Ende dazu ich fand es sehr schlau gemacht dass sie eben mit diesem Live-Ding sozusagen mit diesem Live-Stream war es glaube ich sogar diese ja Einführung in die Band gegeben haben beziehungsweise sie vorgestellt haben fand ich eine schlaue Sache kann man auch ganz anders machen deswegen das fand ich eigentlich eine coole Sache auch dass sie direkt ein neues Lied vorgestellt haben auch gut und dann gerade auch zum Vergleich da kommt es dann drauf an fällt es mir oder fällt es mir nett wenn sie dann die alten in Anführungsstrichen Linkin Park Sachen spielt beziehungsweise singt da kann man sich dann dann Urteil bilden passt das für mich passt das nicht ich bin da jetzt auch relativ unemotional weil ich bin da Linkin Park fand ich ganz gut aber es ist nicht so überragend dass ich riesen Fan bin hab die wahrgenommen für ein paar Lieder geil das war's da kann man ja als Aussage gut wenn die die alten Lieder also ich zum Beispiel wenn ich früher immer Coverband gehört hab und jemand hat den gesungen da hab ich mir jetzt auch nicht gesagt das hört sich scheiße aus sondern wow der Singer das hört sich ja schon cool aus weil es halt in die Range passt an dem was es ist aber jetzt hast du die Band mit jemandem der das Lied nicht geschrieben hat und das Lied wurde ja genauso geschrieben so emotional und mit dem Impact den wahrscheinlich die Person traurig wie es war mit den Depressen sowas das da reingelegt hat das kommt anders auf der Bühne rüber kann's sein mehr die gar nicht erstmal so wegreden aber trotzdem ist es halt natürlich ist es nicht die gleiche Stimme wenn es die gleiche Stimme war dann hätten sie andere Sänger gefunden es gibt definitiv Sänger die sich eins zu eins erohren aber die wollten halt diese Person weil es halt vielleicht auch gut zur Band passt und dann mein Gott jetzt machen sie halt sechs, sieben neue Alben die nächsten zehn Jahre und dann ist es halt Linking Park der Neuzeit neue Alben ist da schon was raus wenn die dann was geplant haben oder ist das noch irgendwo so am 15. November kommt das neue Album raus also siehst du ja die arbeiten ja wahrscheinlich auch schon länger dran ohne dass es jemand mit Chris war ja also die werden ja schon mehr oder weniger lange die haben Corona abgewartet und haben jetzt einfach gesagt jetzt war man bis es noch ein bisschen seichter wird und bis wir wieder ja die richtigen Menschen zur richtigen Zeit da sind und jetzt wir hören sie halt was raus also man lass uns doch überraschen also keine Ahnung ich würde es nicht tankieren weil es jetzt nicht meine Musik also geht denke ich zumindest also ich würde jetzt nichts einfallen von Linken Park also überhaupt nichts aber keine Ahnung hören wir vielleicht einmal an also jetzt ja natürlich muss man ja machen nach dem Scheiße jetzt müssen wir uns auch noch hin müssen wir ja auch ich werde Mensch also mitreden können wieder Mensch ich hab deinen Haken schon dran das ist das Gute ja aber ich kann bloß von mir aus nochmal sagen es ist genauso wie beim Black Metal wo man ja auch bis ins tiefste Sachen suchen kann ob da irgendeine Vergangenheit oder irgendwas Dummes in der Jugend mal einer von der Band gemacht sucht's ja nie nach meiner Jugend ich sag's euch googelt's ja damals gab's ja Gründen ne ganz ehrlich es ist halt echt so wenn du was finden willst findest du was und dann kann die Band ein Problem haben oder eben auch nicht Fakt ist jeder muss sich selber irgendwie damit auseinandersetzen ist es was für dich oder ist es was nichts für dich dann hab deinen Spaß dran oder hörst sie nicht an es ist eine relativ einfache Geschichte es wird an der Person jetzt nichts ändern die es anhört die wird nicht dadurch plötzlich zum Arschloch ja deswegen die Person die Persicht prima wenn nicht dann ist es halt nichts für euch aber es gibt so viele geile Sachen in unserer Musiklandschaft dass ich auf ein wenn's mir nicht gefällt auf einen Neuanfang von Linking Park zum Beispiel jetzt auch verzichten kann und die Perserion die sie seit Jahrhunderten ihren Linking Park schreien im Zimmer stehen hat wo jeden Tag eine neue Kerze zünden wird die fällt es auch verkraften mit Sicherheit weil die Welt dreht sich weiter und es gibt die Welt geht nicht unter also wirklich habt ihr euch nicht so auf dem Kopf fällt es alles gut unterstützt den Underground scheiß auf Mainstream so muss jetzt auch mal gesagt werden oder genau wird mehr Winter sein ja so jetzt haben wir ich will ja jetzt nicht sagen aber wir haben vielleicht noch Zeit also eines eine ganz kleine Kleinigkeit hätte ich noch gewusst aber ich glaube es hat der Felix auch einen Schirm gehabt also wenn wir jetzt mit dem Thema fertig sind ich weiß ja nicht da auch noch was kommt ja ich glaube jetzt immer durch wir haben unsere fünf Cent dazu abgegeben sind da glaube ich alle relativ einer Meinung da bin jetzt jemand dabei geguckt wer der so so ein Linking Park Kind war das war jetzt eine andere Diskussion waren wir abgesehen davon aber auf die hätte man beruhigen können hey alles gut es ist kein Problem elfter Platz ist auch in Ordnung so nicht weinen Doppel eins ist das was zählt genau ich hoffe die haben das alle draußen verstanden ich war bloß ein bisschen erstaunt die letzten zwei Wochen auch es ist immer wieder was Neues von der wunderbaren Band Nightwish rausgekommen auf YouTube die ja nächste Woche am 20. hier neue Platte veröffentlicht wenn ich das jetzt so richtig am Schirm habe richtig ich war echt erstaunt ich war echt erstaunt also meines Erachtens Nightwish Back to the Roots also die haben sich wirklich mit welchem der neuen Songs meinst du es jetzt? der wo jetzt heute rausgekommen ist der Crown genau das muss ich sagen hat mich richtig gepackt und muss sagen ja also bin ich echt gespannt auf die Platte und auf der einen Seite denke ich mir aber dass sich die die Firma Nightwish ein bisschen Gedanken gemacht habe weil doch die ich sage mal die Konkurrenz von der Art von Musik die letzten Wochen Monate doch stärker geworden ist also man hat gerade in Bezug so auf Metal mit Female Fronted mit Clear Gesang und mit Power Metal und so weiter gibt es doch die letzten Monate und so weiter ganz ganz viel Konkurrenz wo ich dann sagen muss ich glaube jetzt hat sich Nightwish wieder ein bisschen mehr angestrengt und wieder ein bisschen ja back to the roots und dass du wieder eine geile neue Musik machen und ich muss sagen ich bin gespannt also zum Beispiel heute ein neues Album ein neues Video rausgekommen auf YouTube von Frozen Crown die jetzt komischerweise auch ein neues Plattenlabel haben also das ist bei Nucleal Blast unter Vertrag kommt jetzt auch am 20. Oktober neues Album raus und muss sagen wow und es gibt wie gesagt einige Bands die genau in diese Kerbe schlagen ob das jetzt keine Ahnung Nocturna ist Set Yourself keine Ahnung die alle so Metal und Female Fronted und Clear Gesang und ja und da denke ich mir wirklich hat Nightwish sich einfach ein bisschen mehr angesteckt wieder dass es wieder mehr Fanbase also da das so fast so unterschreiben wenn ich mir den YouTube Channel gerade so ausschaue weil ich den gerade aufgemacht habe um zu schauen wie das Lied heißt denn wenn man sich das mal anschaut das letzte offizielle Lied was veröffentlicht worden ist war acht Monate das war aber live also official live Nightwish Tribal und dann vor drei Monaten hat es angefangen ein offizielles Musikvideo Perfume of Timeless und dann Schlag auf Schlag fast jeden Monat vier Videos also quasi jede Woche ein neues Video Making Off dieses Album mit Listening Sessions hier die Stars komplette Dokumentation darüber wie dieses Album entstanden ist bis hin zu jetzt wo vor zwei Tagen ein Video hochgekommen ist also das Lyric Video zu Ocean of Strange Island und davor vor drei Tagen nochmal der sechzehnte Part von der Dokumentation und es stehen zur Premiere aus wo komischerweise jetzt 17 Leute drin warten am 20. die lassen einfach den Rechner laufen bis es losgeht kommt nochmal ein offizielles Video Lantern Light und dann am 20. auch nochmal eine Premiere nochmal eine YouTube Premium Afterparty anscheinend wenn sie da loslegen plus eine Listening Session für den 13. kommt also morgen kommt auch nochmal ein Video die haben jetzt nochmal eine Baustunde veröffentlicht worden aber gut ja der Markt ein bisschen eng geworden ist oder die Luft wegen eng geworden ist und das Neidmisch einfach mal ein bisschen was bringen muss also ich bin gespannt drauf der Torbas hat im Interview vor einem Jahr glaube ich war es gesagt dass er am Musikschreiben ist und vieles am Planen ist aber er lässt sich nicht hetzen es wird alles schon zur rechten Zeit so fertig es ist dann die richtige Zeit wenn das Album fertig ist so ich glaube das ist gut gut runtergebrochen ja und jetzt ist es dann eben soweit mit Yes The Wind und Stevie hat ja gerade die Titel genannt Perfume of the Timeless das war das erste Video das fand ich persönlich stinklangweilig das Video selber war das Video war gut das Video selber war ansehnlich wieder so sidiastisch fast schon aber ich fand den Song naja The Day Off fand ich auch so naja und dann jetzt allerdings hier mit An Ocean of Strange Islands da hatte ich so ein bisschen Vibes eben weil es auch ein sehr langes Lied ist geht glaube ich auch wieder fast 10 Minuten das geht so in die Ghost Love Score Richtung so in die Art und Weise auf jeden Fall klingt schon deutlich mehr nach den Nightwish die ich auch sehr lange und sehr großartig fand deswegen ich werde es auf jeden Fall beobachten oder auf jeden Fall anhören und dann schauen ob man es kauft oder nicht also ich werde es auf jeden Fall wirklich ein Bildkauf sein bei mir also ich werde mir das dann schon eingerein ja genau habe ich es beim letzten Album auch gemacht dieses Human Nature hieß es das hat mir gar nicht getaubt taugt mir bis heute nicht deswegen habe ich es bis heute auch nicht gekauft und so werde ich das mit dem Album genauso machen ich bin gespannt drauf weil Nightwish hat mich selten enttäuscht mit dem letzten Album etwas aber das war es dann eigentlich auch schon wenn ich mich richtig entsinne von daher live eine absolute Bank natürlich mit der Flor auch am Mikro was immer brutal geil ist deswegen ich bin gespannt wie das Album sich entwickeln wird und auch beim Hören wie es wird ich glaube da werden wir auf jeden Fall auch noch kurz ein paar Worte verlieren da werden wir vielleicht das nächste Mal gleich drüber reden mal schauen das ist meine News oder meine Aussicht für die News keine Ahnung wie man das nennt jetzt wenn es vielleicht vielleicht ist ja in der einen oder anderen Shopping-Liste man weiß es ja nicht also dann eine Aussicht ist natürlich auch gegeben weil man ja schon jetzt wieder nach dem Festival ist vor dem Festival waren wir ja gerade schon mal dabei ich bin nämlich gleich einmal auf haben wir schon über das schon angekündigt herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten zur 97. Folge Metal.net der Podcast der Podcast der humoristisch sich über die aktuellen News lustig macht oder drüber diskutiert grundsätzlich einfach ein netter Haufen ist fühlt euch genötigt euch zu uns zu setzen um ein kleines Stückchen Campground Feeling zu erleben das behaupten zumindest Leute die da zuhören dass das ungefähr so ist wer sind wir ich bin der Siffi derjenige der das Ganze irgendwann mal verbrochen hat im Internet aufzutreten irgendwie aus Versehen in die Festivals gestolpert ist und seitdem darüber berichtet hi das bin ich an alle erstmal weiter draußen die live zuschauen ich wie gesagt gegrüßt im Chat auch mitzuschreiben und alle die uns nur über ihre Ohrmuscheln hören auf allen Audio Podcast Catchern seid auch ihr gegrüßt ihr seid natürlich nicht weniger wert als die die live dabei sind wer mir aber ganz ganz viel wert ist sind die beiden die an meiner Seite sitzen diejenigen die diesen Podcast auch mit Inhalt füllen nicht nur mit leeren Phrasen wie ich es versuche nein es sind diejenigen der eine der eine der der den Metal mit erfunden hat da brauchen wir nicht drüber reden er war schon immer da er war schon immer mit dem Metal und er ist auch jetzt wieder mit uns dabei und zwar ist es der 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 Älteste äh an unserer Seite hier aber nicht desto trotz der Schlechtere der Roland hallo ich grüße euch alle da draußen und ich bin nicht nur der Älteste sondern auch der Hübscheste das gebe ich einfach mal das hätte ich sagen sollen genau das habe ich auch gemacht einfach so ja das hätte ich sagen sollen tut mir leid das war es mir jetzt so schnell nicht eingefallen aber wir beide sind auch nicht alleine wir beide sind nicht alleine aber Roland möchtest du gern unseren dritten Partner äh mit vorstellen es ist ja mal dass mir jetzt mal einen Ball zugespielt was ja nicht ganz einfach ist aber so kämen sie wie spontan und ja ich versuche jetzt einmal ich muss sagen ich freue mich jedes Mal äh unseren Felix hier zu begrüßen ähm der einfach so viel sagt immer der Metal-Podcast ist und der Beste der sich überall auskennt ich muss einfach sagen es ist schön einen Menschen zu kennen der sich einfach so auskennt und wenn man ihm was fragt er klatscht die Sachen raus er weiß alles er kennt alles äh in Sachen Metal und äh ist fast so hübsch wie ich hat fast seinen schönen Bart und eine tolle Brille ich bin einfach froh dass ich ihn mal wieder sehe und ich freue mich mal wieder wenn ich ihn irgendwann mal wieder live sehe aber auf jeden Fall unser Felix ist schon eine ganz ganz große Hausammer muss man so sagen fängt er wohl an Hallöschö das war ja zauberhaft da sitzen wir wieder zur 100. Folge muss sich jeder selber vorstellen siehst du da werde ich fast rot oder wir stellen uns dann gegenseitig vor das können wir natürlich auch machen ähm herzlich willkommen lang lang ist her ich sehe bekannte Namen im Chat ich grüße euch da nach außen noch einmal hockt euch her dann sind wir mehr schön dass ihr da seid ich freue mich dass wir jetzt so miteinander zusammensitzen aber ich muss sagen dieser Podcast beginnt erstmal mit ganz viel Trauer in mir ich muss sagen es ist es ist wirklich soweit wenn man sich jetzt so umschaut aus dem Fenster rausschaut so grundsätzlich schaut was für Datum haben wir wir sind jetzt schon im September es geht ja quasi schon fast wieder knallhart rauswärts wie man so schön sagt ähm auf die Schnelle bis schaust haben wir die 100. Folge in mir ist tiefer Trauer denn äh offiziell ist meine Festival Saison äh beendet mit dem letzten Wochenende das erfüllt mich mit Trauer nicht nur also wirklich es ist fast so als würde jetzt schon also die Sonne wo ist die Sonne am Wochenende war sie noch da jetzt ist sie weg und auch da merke ich auch da merke ich dass instant diese Winterdepression wieder eintritt und deshalb freue ich mich umso mehr trotzdem dass ihr mit mir heute diesen Tag äh mich nochmal aufleuchten lasst äh in in eurem Licht eurer Sonne und äh natürlich dass wir uns halt schön nochmal über die letzten Wochen nochmal unterhalten können die ja noch voller Sonne waren äh an dieser Stelle Hallo genau da muss ich einfach sagen also bevor wir kurz zurückkommen auf die letzten Wochen die ja wirklich noch traumhaft waren und äh wir haben ja noch einiges zu erzählen was du äh erlebt hast die letzte Woche und so weiter aber nach der Festival-Saison ist vor der Festival-Saison jetzt kommen jetzt äh an die Lande ein Osiasborn jodelt sich ein runter er mag halt keinen Blümchensex wenn dann habt ihr sie als erstes je gehört gell was was habt ihr die letzten zwei Wochen so getan es war schon Stress aber es war ein schöner Stress Metalnet der Podcast wo wir bei Kissen was haltet ihr von Fossilien also ich steig jetzt da gleich mal in das Thema ein denn wir springen jetzt Kopf voran in die Metal News Huhn? ... Untertitelung des ZDF, 2020